guten tag und willkommen zur ersten folge von ls 15 together mit timo hallo wir haben hier schon mal die die ja wie nennt man das traktoren und geräte die heute startkapital das was man zu anfang halt hat ja und wir haben wir werden erstmal den drescher anschmeißen und nein nicht den drescher anschmeißen wir brauchen erstmal eine spritze ja dann fangen wir erst mal mit dem schlöpfer anderen weil die drei hier verkaufen war ja weil wir die in die brauchen ja wohl da mal läuft also dumm überlegt bräuchte man nicht eigentlich noch ein drittel für die spritze da die spritze braucht man ja nicht das fällt auch ein halbes jahr zum ernten ich habe mal die zeit auf echtzeit pflanzen sterben aus und ja mehr brauchen wir nicht ne pflanzen wachstum auf normal da kann sich da auch warte kann sich ja gleich mit rein stellen ja was verkaufen verkaufen und verkaufen die ganze war falsch ah ich war zu weit ok hast du schon ein eigenes konto ne ich hab noch null wie ging denn das nochmal naja das müsste man ändern n ne k ich hab's gleich kann sich nur noch um stunden handeln ne mal mit der ruhe oh uh fuck egal müssen wir gleich wir nehmen ja eh ein paar im voraus auf weil ich habe gerade die server einstellung auf gemacht da steht da spielername passwort ja egal Ja, passt schon. Ändert sich eh beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich. Ja. Äh, speichern. Du musst jetzt... Oh, jetzt hab ich Geld. Ich hab ja 17.400. Mhm, äh. Den? Wo ist denn überhaupt unser Feld? Wollen wir gleich den zweiten Agro-Liner kaufen? Mhm, jaa. Haben wir ihn. Erstmal die Spritze, würd ich sagen. Hab ich schon. Dann brauchst du nen Träger, der ihn abholt, oder? Ja, du machst das schon. Aber noch nicht anschalten, ne? Nein, nein, ich fang nur schon mal hin. Einfach nur, weil ich's kann. Vielleicht hast du ja Lust, die Agro-Liner abzuholen. Ja, kann ich sagen. Ich hab mich nämlich im Singleplayer tierisch planiert. Okay. Ich hab glaub ich... Ich hab glaub ich... Ich hab glaub ich... Ich hab glaub ich... Wie bitte? Hast du die schon online? Nö. Morgen. Also Montag. Gut. Okay. Ich hab nämlich die letzten fünf Minuten eines Parts dran verbracht, die hintereinander zu hängen. Drei Stück oder drei Stück? Zwei. Zwei. Das ist hart. Ja, das ist richtig blamierend. Und ich wollte es unbedingt in dem Part machen. Hä. Auch gut. Passiert. Ja, stimmt. 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 Hast du die schon gekauft, ja, ne? Ja. Dann bin ich mal unterwegs. Ich hab schon hinten reingehauen. Zumindest die Spritze. Ich lade aber nur 10 Prozent auf. Ja, reicht ja. Ach, die Spritze kann man jetzt auch mit selbst... äh mit Helfer, ne? Ja, aber... ähm... nur die kleine. Ja, reicht ja. Weil mit dem Anhänger... der ist verbuggt. Hm? Der fährt dann drei Meter weiter in das Feld und bleibt stehen. Ja. Also ironischerweise cool. Ja. Kannst ja dann einen Agro-Liner hier lassen. Und mit dem anderen fährst du verkaufen. Jo, kann ich machen. Weil der Drescher wird sofort voll sein. Instant. Siehst du links die Anzeige? Äh, ja. Guck mal auf einen Drescher. Wo ich drinnen sitze. Ja. Mhm, ich seh's. Die Prozentzahlen. Und... Krank, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin gerade beschäftigt mit dem Anhänger. Ach cool, da kann ich ja gar nichts machen. Fahr ich Drescher, ne? Ja, ja, mach das. Völlig spannend. Jo. So, dran. Jetzt sagen wir, wir gehen dann auf so Tier-Workshops. Jo, du bist Chef, ne? Oder Vieh. Voll. Ja, ich bin unterwegs. Mit ganzen 30 Kameras. So, äh, 40. Gehen wir davon aus, dass wir richtig spielen, ne? Also auf Straßen fahren. Ja. Gut. Aber Blinker brauchen wir nicht unbedingt. Gut. Hä? Das ist gut. Vergess ich eh immer. Da kommt er! Kann ich ja selber abtanken. Wie abtanken? Watt willst du denn jetzt? Watt? Hm, abtanken. Achso, fährst du selber dran? Ja. Jo, hau rein. Dann bring ich das ganze Zeug, was in den Silos ist, weg. Jo. Mach das. Warum, 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 warum? Ähm. Hm? Ähm. Ähm, ja. Wo, oder wie funktioniert das mit den Silos hier? Äh, er glaube ich. Die Befüllung starten. Und dann kannst du auswählen, was du machen. Ah, Weizen, Gerste, äh... Bring ich mal als erstes Raps weg, ne? Bring der meiste. Ja. Woll? Ne. Gut, lang schließen. Wo muss ich damit hin? Ah. Haps. Zwei, drei Mal ein Blick. Beim Deiner, zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, zwei, fünf bei der Getreidemühle. Oh. Da muss ich fragen, wo ist die... Da. Dat ist ja ein leichter. Guck mal, äh, wie lange wir schon online sind. Wo sehe ich das denn? Äh, I, glaube ich. Ach so, ähm. Ich zwölf Minuten, du 14 Minuten. Wie lange haben wir gequatscht vorher? Sechs, sieben Minuten. Okay, können wir ja noch zwei. Irgendwie ist mein Timer außerdem. Tch. Das ist hart. Wollen wir mit Strohablage machen? Hm. Muss du sagen. Keine Ahnung. Hm. Ich such grad die Getreidemühle. Ja, alles ziemlich neu hier. So komisch. Ah, ich hab sie gefunden. Ich rutsche grad mit dem Schlepper. Äh, mit dem Anhänger. Und den Berg runter. Heh. Die Räder drehen sich aber nicht. Okay, die Getreidemühle sieht geil aus. Hast du die Map noch nie gespielt? Nein. Ach so. Ja, im Singleplay einmal kurz angespielt. Also, ne, alleine halt nicht. Die Map gab's ja schon, äh, in 13. Die gab's schon? Ja, aber, äh, die wurde hier noch verändert. So. Ein grüner, glaub ich. So, ich glaub der Fahrrad ist schon vorbei. Ich schätze einfach mal, wenn nicht, ist er so egal. Dann war's der Einflugspart. Äh. Ja, wenn, dann ist er zu kurz. Ja. Naja, äh, guck mal unten in die Videobeschreibung. Die hab ich neu gemacht. Dort muss Twitter, Facebook und, äh, sonstiges hinterlegt sein. Ja, äh, ein Däumchen nach oben wär nicht schlecht. Wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann Daumen nach unten und Kritik unten in die Kommentare. Ähm, dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Partner. Ja. Ja. Bis dannö.